Abseits des Platzes und der sportlichen Themen steht die WM Katar ja ohnehin unter höchster Kritik und das auch völlig zu Recht. In Deutschland werden Statements erwartet. So erstrahlt zum Beispiel die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben, ebenso wie die Eckfahnden am Spielfeldrand oder dann die Kapitänsbünden. Ja, Fußball in Deutschland wird immer politischer und Vielfalt wird zumindest in der Außenkommunikation ganz groß geschrieben. Eben wenn es dann aber wirklich darauf ankommt, Farbe zu bekennen, so wie bei der anstehenden WM in Katar, tut sich der DFB mehr als schwer. So wie dieses Beispiel zeigt, die Maschine der Nationalheer fliegt zwar mit einer wichtigen Botschaft los, kommt damit aber nicht an. Ach, wie stolz sind sie losgeflogen, unsere Jungs. Mit so einer großen Geste. Wir für euch. Diversity wins. Vielfalt siegt. Egal welche Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung jemand hat. Sehr löblich. Jeder soll es sehen. Mit Regenbogenkerosin geht's also nach Katar, wo es mit der Vielfalt ja nicht ganz so gut bestellt ist. Ähm, ähm, ich sagte, mit Regenbogenkerosin geht's jetzt nach Katar. Hallo? Wieso jetzt raus aus dem Flieger mit dem schönen Slogan, den doch jeder sehen soll? Und was soll der stinknormale Flieger jetzt? Ja, blöd gelaufen. Da wollte man ein so starkes Statement bei der Katar-WM setzen und dann das. Kommt das schöne, bunte Flugzeug einfach nicht an, wo diese tolle Vielfalts-Message eigentlich hingehört. Angeblich liegt's am Flugplan. Man wollte vermeiden, dass das Vielfalts-Flugzeug leer zurückfliegt. Auch für Bernd Reisig, ehemaliger Fußballfunktionär und damals Teil der deutschen Delegation in Katar, mehr als eine unglückliche Kommunikation. Insgesamt eiert der DFB im Moment rum. Wir haben das schon bei der Armbinde One Love gesehen. Das ist ein fauler Kompromiss Richtung Katar. Jetzt auch mit diesem Flugzeug. Da will man sich in Katar dann nicht sehen lassen, dann soll man's ganz lassen. Dass ein Toleranzflugzeug weniger fürs heimische Publikum, sondern in Katar bitter nötig wäre, macht auch dieser Vorfall deutlich. Ein dänisches Kamerateam wird im WM-Gastgeberland Katar während einer Live-Schalte in die Heimat am Drehen gehendert. Sicherheitskräfte halten die Kamera zu, drohen sogar, das Gerät zu zerstören. Gott sei Dank reagiert der Reporter Kuhl. Wir sind hier live im dänischen Fernsehen. Mister, Sie haben die ganze Welt eingeladen. Sie haben die ganze Welt eingeladen, hierher zu kommen. Warum dürfen wir hier nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Platz. Das ist die Akkreditierung. Wir können filmen, wo wir wollen. Nein, nein, wir brauchen keine Erlaubnis. Sie können die Kamera kaputt machen. Sie wollen sie kaputt machen? Okay, machen Sie sie kaputt. Ihr droht uns also damit, die Kamera zu zerstören? Mittlerweile hat sich Katar für den Vorfall entschuldigt. Dass einigen Spielern die Politik rund ums Thema Vielfalt wohl generell zu viel ist, beweist Frankreich-Kapitän Hugo Loris. Der bei der am Sonntag startenden WM in Katar nicht einmal die One-Love-Binde tragen möchte. Begründung, Loris möchte die Kultur der Katarer respektieren, die mit der Regenbogen-Kapitänsbinde ein Problem hat. Ich vermute, dass wir von diesen Konflikten noch mehr erleben werden, weil ich spüre, dass die Zugeständnisse nach außen ins Land überhaupt nicht vermittelt worden sind. Peinliche Fliegeraktion. Presse, die angegriffen wird. Diskussionen um Kapitänsbinden. Bei dieser WM heißt es mittlerweile wohl einfach Augen zu und durch. Bei der englischen Mannschaft heißt das, sie jettet mit der Rainbow, einem Flugzeug mit dem Namen Regenbogen, zur WM. Botschaft kommt an, auch in Katar. Und aus Doha ist uns jetzt Bild-Chef-Reporter Tobi Altschäfli zugeschaltet. Tobi, wir haben es gerade gehört, viel Politisches auch dort beim DFB. Wie sehr wird das thematisiert? Ja, vor allem das Thema mit dem Flugzeug, das im Bericht ja schon zur Sprache kam, das wurde hier aufgegriffen. Und wieder so ein Zwischending. Man will eine Botschaft machen, aber man traut sich dann doch nicht richtig, sie hier ins Land zu bringen. Die Kapitänsbinde, das Thema ist auch noch nicht ganz durch. Regenbogenbinde, nein. Dann diese neue Binde, ja, sie wollen damit spielen. Also ist schon die Frage, wie sie hier auftreten werden. Die deutsche Mannschaft, sie landet jetzt dann gleich und die werden wir gleich verfolgen. Und dann mal schauen, wie es hier läuft. Zum einen sportlich und zum anderen natürlich in Sachen politische Statements. Aber so ist es ja weder Fisch noch Fleisch. Ja, das ist es definitiv im Moment. Also die Frage ist, wie klar wird man sich positionieren? Hansi Flick hat schon gesagt, er versucht die Diskussionen von der Mannschaft jetzt erstmal fernzuhalten während des Turniers. Denn dafür sind zum Beispiel Präsident Bernd Neuendorf hier, der morgen zur Presse sprechen wird, dass er sich zu dem Thema äußern kann. Aber die Spieler, sie haben im Vorfeld eigentlich bei jedem Lehrgang im letzten Jahr Fragen beantworten müssen. Zu Recht natürlich auch Fragen gestellt bekommen. Aber jetzt ist eigentlich Leon Goretzka so der Einzige, der sagt, er will auch während des Turniers Zeichen setzen. Er will sich äußern. Die restlichen Spieler, die sagen, wir haben versucht, unsere Meinung klar zu machen. Die Problematik ist eher die Entscheidung vor 11, 12 Jahren, als die WM hierher vergeben wurde. Und ja, jetzt geht es darum, sich sportlich zu konzentrieren. Denn am Mittwoch gegen Japan, da geht es schon los und da wird es dann richtig ernst. Dann schauen wir aufs Sportliche, Tobi. Gestern also eher ein müdes 1 zu 0 gegen Japan. Da soll es 32 Grad heiß werden. Spielt die Hitze doch eine entscheidende Rolle? Ja, sehr gute Frage, denn ich stehe hier in der wirklich sengenden Mittagshitze. Es hat, glaube ich, jetzt schon 33 Grad. Fällt mir auch schwer, in die Kamera zu schauen, ohne dass mich die Sonne blendet. Das wird definitiv eine Rolle spielen. Es ist richtig warm und ich glaube, wir wissen jetzt schon alle, die Kollegen und ich, wir haben zu wenig Anziehsachen dabei, denn wir werden jeden Tag, glaube ich, fünfmal durchgeschwitzt sein. Das ist richtig heiß. Das ist richtig heiß.